In jedem Fall hat es Manuel Neuer geschafft, nach diesem Nervenkrimi eben gerade einen ziemlich entspannten Eindruck zu machen. Wenigstens nach außen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das bei Per Mertesacker aussieht. Per Mertesacker, Glückwunsch zum Einzug in die nächste Runde ins Viertelfinale. Was hat das deutsche Spiel so schwerfällig und so anfällig gemacht? Ist mir völlig wurscht. Wir sind jetzt in den letzten acht und das zählt. Aber das kann ja nicht das Niveau sein, was Sie sich vorher ausgerechnet haben, wenn man jetzt ins Viertelfinale einzieht, dass man sich noch steigern muss, denke ich. Dürfte auch Ihnen klar sein. Was wollen Sie jetzt von mir? Was wollen Sie jetzt? So kurz nach dem Spiel, kann ich nicht verstehen. Ich gratuliere erstmal und wollte dann fragen, warum es in der Defensive und beim Umschaltspielen nicht so gut gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Nur so. Glauben Sie, jetzt unter den letzten 16 ist irgendwie eine Karnevalstruppe oder was? Die haben das hier uns richtig schwer gemacht, über 120 Minuten. Und wir haben gekämpft bis zum Ende und haben dann überzeugt, besonders dann in der Verlängerung. Das waren auf und ab. Wir waren mutig, haben natürlich viel zugelassen, aber trotzdem muss man lange Zeit die Null halten. Das haben wir geschafft und darüber hinaus haben wir, wie gesagt, zum Ende hin auch verdient gewonnen. Alles andere, ich lege mir das mal drei Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter. Ja, absoluter Kraftakt, eine Energieleistung. Glauben Sie, dass jetzt irgendwann nochmal dieser Wow-Effekt kommt, so wie bei der WM 2010 zum Beispiel, dass es auch spielerisch besser läuft? Was wollen Sie? Wollen Sie eine erfolgreiche WM oder sollen wir wieder ausscheiden und haben schön gespielt? Also ich verstehe die ganze Frage reinig. Wir sind weitergekommen, wir sind super happy, haben heute alles gegeben und bereiten uns jetzt auf Frankreich vor. Dazu alles gut. Danke. Ja, das war doch mal ein Interview, das gelebt hat, Oliver, oder? Also die Qualitätsfrage zumindest nach der ersten Halbzeit darf man ja wohl stellen. Ja, aber man muss auch sich ein bisschen in den Spieler reindenken, wenn du mal 120 Minuten gegangen bist bei so einer Weltmeisterschaft, wo du ja permanent auch das Aus vor Augen hast. Und wir wissen alle, dass diese Mannschaft ein großes Ziel vor Augen hat und man muss auch sagen, wie sie sich körperlich reingehauen haben. Das gehört alles schon irgendwo dazu gegen so eine Truppe wie Algerien, die da sowas von laufintensiv über den Rasen gesprintet sind, permanent. Und das hat die Mannschaft schon gut gemacht, sie hat dagegen gehalten. Aber natürlich, klar, ist es unsere Aufgabe, das Spiel auch analytisch anzuschauen. Man muss sich auch mal in den Reporter reindenken. Ja, man muss sich auch mal in die Experten reindenken können. So, das macht keiner. Ja, natürlich muss man einfach ein paar Fragen stellen. In jedem Fall hat es Manuel Neuer geschafft, nach diesem Nervenkrimi eben gerade einen ziemlich entspannten Eindruck zu machen, wenigstens nach außen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das bei Per Mertesacker aussieht. Per Mertesacker, Glückwunsch zum Einzug in die nächste Runde, ins Viertelfinale. Was hat das deutsche Spiel so schwerfällig und so anfällig gemacht? Ist mir völlig wurscht. Wir sind so in den letzten acht und das zählt. Aber das kann ja nicht das Niveau sein, was Sie sich vorher ausgerechnet haben, wenn man jetzt ins Viertelfinale einzieht, dass man sich noch steigern muss, denke ich, dürfte auch Ihnen klar sein. Was wollen Sie jetzt von mir? Was wollen Sie jetzt? So kurz nach dem Spiel, kann ich nicht verstehen. Ich gratuliere erstmal und wollte dann fragen, warum es in der Defensive und beim Umschaltspielen nicht so gut gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Nur so. Glauben Sie es? Und in den letzten sechs sind super happy, haben heute alles gegeben und bereiten uns jetzt auf Frankreich vor. Dazu alles gut. Danke. Ja, das war doch mal ein Interview, das gelebt hat, Oliver, oder? Also die Qualitätsfrage zumindest nach der ersten Halbzeit darf man ja wohl stellen. Ja, aber man muss auch sich ein bisschen in den Spieler reindenken, wenn du mal 120 Minuten gegangen bist bei so einer Weltmeisterschaft, wo du... Sind das irgendwie eine Karnevalstruppe oder was? Die haben das hier uns richtig schwer gemacht über 120 Minuten und wir haben gekämpft bis zum Ende und haben dann überzeugt, besonders dann in der Verlängerung. Das waren auf und ab, wir waren mutig, haben natürlich viel zugelassen, aber trotzdem muss man eine lange Zeit die Null halten, das haben wir geschafft und darüber hinaus haben wir, wie gesagt, zum Ende hin auch verdient gewonnen. Alles andere, ich lege mir das mal drei Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter. Absoluter Kraftakt, eine Energieleistung. Glauben Sie, dass jetzt irgendwann nochmal dieser Wow-Effekt kommt, so wie bei der WM 2010 zum Beispiel, dass es auch spielerisch besser läuft? Was wollen Sie? Wollen Sie eine erfolgreiche WM oder sollen wir wieder ausscheiden und haben schön gespielt? Also ich verstehe die ganze Frage reinig, wir sind weitergekommen. Vielen Dank.